Herzlich willkommen zu einem sehr spannenden Thema, nämlich was kostet euch ein Luxus-Girl, eine Luxus-Thailänderin im Monat und was kostet eine normale Frau, die einen ganz easy peasy Job wie eine Friseur sind zum Beispiel, im Monat. Ich habe zwei lebendige Beispiele. Einmal habe ich mir ein High-End Luxus-Go-Go-Girl angeangelt in Thailand, was sich ein Monat lang begleitet hat, was so eine exklusive Thai-Dame kostet. Hört ihr im ersten Abschnitt und im zweiten Abschnitt, bringe ich euch noch ein paar Zahlen an den Mann oder an die Frau, was eine normale Frau in Thailand oder auf den Philippinen, bei mir ist das Beispiel aus den Philippinen, im Monat an extra Kosten verursacht. Film ab! Dazu habe ich einen alten Schmierzettel gefunden und wir fangen an mit dem Go-Go-Girl, was ihr euch in Thailand anlacht, weil alle Beispiele, die ihr hier auf YouTube findet, das sind ja alles bescheidene, normale Fälle, aber wenn man wirklich eine heiße Braut an seiner Seite haben möchte, kostet das extra Money. Und wir fangen gleich an mit Shoppen. Shoppen tun diese Girls unheimlich gerne, weil sie müssen ja auch gut aussehen, gut riechen, schicke Klamotten haben und da habe ich in den 30 Tagen 1200 Euro umgerechnet, auf den Tresen liegen lassen. Party, Disco, Ausflüge, alles zusammengefasst. Also wir waren eigentlich fast jeden Tag unterwegs, entweder zur Disco oder zu irgendeiner Insel mit einem Speedboot oder haben sind Go-Kart fahren gegangen. Das hat in den 30.000 Euro 1.900 Euro gekostet. Geld zu den Eltern musst du es auch schicken. Wer bezahlt das? Natürlich der reiche, hübsche Ausländer. 300 Euro hat sie dahin geschickt. Pro Tag Auslöse. Ja, auch das kostet Geld. Das musste man trotzdem bezahlen. Und zwar 3000 Bat am Tag, was umgerechnet damals so 77 Euro war. Jeden Tag, alle 30 Tage lang, kostet 2310 Euro im Monat. Und ich durfte sogar noch sparen, weil ich keine Auslöse an die Go-Go-Bar bezahlen musste, sondern sie hatte da sowieso keine Lust zu arbeiten, hat da aufgehört. Und ich denke mal, sie hat später in der anderen Go-Go-Bar wieder angefangen. Bäumchen, wechsel dich in Thailand, alles kein Problem. Kommt öfter vor. Also, ich habe sogar noch Geld gespart. Trotzdem, jeden Tag 3000 Bat. Im Monat sind das 2310 Euro für die Gesellschaft dieser hübschen Frau. So, natürlich Massage, Friseur, Maniküre, Pediküre. Dafür haben wir in den 30 Tagen 360 oder ich habe in den 30 Tagen 360 Euro ausgegeben für die Dame. Restaurantbesuche. Mein Essen zähle ich da nicht mehr zu. Natürlich nur die Extrakosten für die Dame. Separat ausgerechnet waren das 600 Euro im Monat. Geht noch. Sie war auch ab und zu mit Straßenfood einverstanden. So, jetzt kommt zum Schluss teure Hotels. Und das habe ich runtergebrochen. Wie wäre es, wenn ich ein besseres Apartment nehmen würde, um den Ansprüchen der Dame gerecht zu werden? Weil in so 0815 Hotels, das kam nicht so gut an. Wir haben immer in teureren Hotels unsere Zeit und unsere Nächte verbracht. Und wenn man ein gleichwertiges Apartment nehmen würde, das hätte denn roundabout 1000 Euro im Monat gekostet. Sprich, die Hälfte habe ich da hinzugenommen, weil wir sind ja zu zweit gewesen, die Hälfte von 1000 Euro, 500 Euro mehr Aufwendungen. Wegen teurer Hotels oder wenn man es eigentlich durch zwei teilt, macht insgesamt eine Summe, was so eine Partygirl, eine Thai-Party-Girl-Dame an eurer Seite kostet, im Monat von 7.170 Euro. Jetzt könnte man natürlich sagen, um Gottes Willen, Hoff, bist du bekloppt, über 7.000 Euro im Monat für eine Dame auszugeben. Das kann auch nur dir passieren. Du bist der einzig Dämliche auf diesem Planeten, der sowas macht. Nein, bin ich nicht. Ich war froh, in Anführungsstrichen, wo ich wieder zu Hause war und die finanzielle Belastung vorbei war. Und ich muss zugeben, ich war verliebt. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Frauen können mit einem wahnsinnig was anstellen und einen dazu bringen, dass man alles macht für sie. Ich hoffe, ich bin aus dem Alter raus. Gefühlt, ja, damals vor gut zehn Jahren war das halt noch nicht der Fall. Aber die Dame hat das sehr professionell gemacht, denn später war sie mit einem ganz, ganz jungen Australien zusammen, Mitte 20, auch im Bodybuilder. Scheint auf Bodybuilder zu stehen, die Dame von damals. Und der hat sogar noch mehr liegen lassen, regelmäßig auf dem Instagram-Profil von ihr oder Facebook. Ich weiß das gar nicht mehr, wo denn eben die teuren Hotels, die teuren Ausflüge, die Geschenke wie Schmuck, Ring und gepostet. Und das sah alles nicht billig aus. Und ich denke mal, der Australier war auch verliebt bis über beide Ohren. Und er hat mindestens, ich denke mal, sogar noch mehr Geld ausgegeben als ich damals. Also hütet euch vor die rosa-rote Brille und Schmetterlinge im Bauch. Ja, Frauen können unheimlich mit einem Mann spielen und ordentlich finanziell Chaos auf euren Konten anrichten. Und jetzt kommen wir mal zu einem Beispiel, wenn man sich eine ganz normale Dame anlacht, nicht aus dem Tourismusgewerbe, sondern zum Beispiel die Friseusin, die Kellnerin, bescheidene Frau aus Thailand oder aus den Philippinen, spielt keine Rolle, ist genauso teuer. In meinem Beispiel war es eine Philippinerin, eine Kellnerin, die ich mir angelacht habe und jetzt mal aufgelistet die Mehrkosten, die mir dadurch durch die Zweisamkeit entstanden sind. Miete, stellt euch vor, ihr hättet eine Wohnung mit Strom und Wasser, bescheidene Wohnung, 250 Euro. Das wären für jeden, wenn man sich das Geld teilen würde, 125 Euro. Gut, ihr seid der Ausländer, ihr bezahlt das, also Mehrkosten von 125 Euro. So, Strom übernehmt ihr selbstverständlich auch. Der kostet 30 Euro im Monat mit Airconditioner. Lebensmittel haben wir damals 360 Euro im Monat ausgegeben. Ich alleine hätte 200 Euro verbraucht. Dazu zählten dann auch mal ab und zu der kleine Restaurantbesuch. Das ist ja billig in Asien. Gas, sonstige Dinge in der Wohnung, 60 Euro. Dann hat er so die Kinder. Wir gehen mal von einem Kind aus, da müsst ihr ein bisschen Schulgeld bezahlen. Oder wenn das kleine Kind in der Schule eben einen Snack essen möchte, das ist ja typisch für die Philippinen. Im Monat hat das 80 Euro gekostet. Im Begriff war auch mal Spielzeug oder was anzuziehen. Also 80 Euro Mehrkosten, Spritkosten, weil eben der Junge mal zur Schule gefahren werden musste. extra auch nochmal abgeholt werden musste. Oder weil er mitgefahren ist mit etlichen Leuten. So war es damals bei uns und da hat man sich die Kosten geteilt. Also Spritkosten mehr, Kosten 20 Euro. Und die Eltern wurden von mir damals unterstützt mit 100 Euro im Monat. Das bedeutet, es waren Mehrkosten bei mir durch die Liierung mit einer Dame und zwei Kinder von 300 und jetzt muss ich nachgucken. 325 Euro. Also Mehrkosten von 325 Euro. So viel kostet eine normale, bescheidene Thailänderin oder Philippiner im Monat. Dank mich fürs Zusehen. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und Kommentare würden mich auch unter dem Video freuen. Wenn ihr Kritik üben möchtet, wie über, wie oberflächig ich doch bin, gerne. Bricht mir keinen Zacken aus der Krone. Ich bin da immun. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, die nicht irgendwelche Spinnereien sind, könnt ihr das auch gern unten in der Kommentarfunktion hinterlassen. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.